hallo freunde youtube schwarz grüß euch willkommen zum neuen unboxing jawohl und endlich ja ich weiß was es ist ihr auch wenn ihr etwas weiter vorspulen wisst es bestimmt wir machen es mal auf ist schon unboxing geld so wie mache ich das jetzt am besten da schon mal auf funktioniert ja diesmal mit dem messer ok da nicht da niemand auch manchmal so komisch zu so jawohl da ist er jawohl seht ihr das das ist für mich schon mal unterlagen aber da ist das geile stück also ich kann der wester digital die auch gehen können viel kleiner viel handlicher so dass wir gehabt dieser darf endlich ist da usb 3.0 4 terabyte 3,5 gleich erstmal auspacken damit die 3.0 super speed externe festplatte 3,5 zoll ihr das auch mal lesen könnt mit led anzeige das usb standard wird blablabla so also bei ebay eine hdd 3,5 was haben wir hier haben wir auch noch mal was anschließt nicht so mal gucken ich glaube den karton will man kleber da da ist der klebeschreif endlich kann ich datenrettung machen von einem anderen computer aus dem schlafzimmer so warte ich mache jetzt erst mal auf das kann ich mit zwei händen besser so jawohl da war sie intenso man endlich weil ich habe viele daten auf dem alten computer auf der festplatte drauf also fast zwei terabyte dann habe ich auch den computer den ich jetzt im wohnzimmer habe den ich benutze habe ich auch noch sachen drauf auf der festplatte wo ich normalerweise wenn ich meine let's plays aufnehmen mit auf der festplatte drauf so wenn ich jetzt die ganzen sachen die da draußen runter mache habe ich platz da kann ich jetzt schon mal wieder ein ganzes spiel fast komplett aufnehmen also in einem durch mal geil und jetzt kann ich datenrettung machen das heißt der andere computer wird gleich im wohnzimmer aufgestellt das programm angeschmissen das läuft dann bis heute abend 20 uhr denke ich mir der ist nicht der schnellste und das programm ist das sucht durch jede datei die da drauf ist so wenn das alles erkannt ist dann darf der noch mal 24 stunden laufen oder zwölf stunden wieder lange braucht um zwei terabyte zu retten auf die festplatte dann auch ich bin mal gespannt so und das ist das schöne schmuckstück ja wir haben wir den netzadapter dabei dann aber das usb kabel wo dann halt usb 3.0 drüber läuft deswegen auch im blau ist ja meistens im blau ja wo sie so erstmal anschließen gleich beim computer aber je nachdem erst mal ein bisschen zimmertemperatur deswegen haben sie auf dem terrarium stehen ja ja man kann auch viele andere kriegen aber für den preis konnte ich jetzt nicht meckern also ich meine für 99 99 kostenloser versand kann man nicht meckern und dafür kriegt man vier terabyte von intenso war bei ebay verkäufer durch durch ebay selbst geschützt da steht dann noch mal drauf ja ist auch wieder so ein klobiges schweres dingen aber hauptsache platz das schwerste ist halt die festplatte so ja das war's dafür wer kann ich da nicht zu sagen jeder andere kennst du wahrscheinlich und ja vor allen dingen nicht gebraucht für den preis also da kann man schon echt nicht mecker und tag ist man echt mal für den preis und schon gute sachen ja also ich würde sagen das war es eigentlich dafür ja es war schönes thumbnail noch machen für das video und dann war es das gewesen ja also mehr habe ich nicht zu sagen von der schreibgeschwindigkeit sonst eine schnell sein usb 3.0 bei ebay stand da noch drauf das ist eine ja intenso hdd ist und der schnellere schreibgeschwindigkeit voraussetzung dann dafür bin ich mal gespannt aber der ebay verkäufer hatte da glaube ich durch ebay schon war da gesichert hat dann wahrscheinlich über 20.000 100 prozent man muss immer noch acht mal ebay was kauft dass man verkäufer hat mit 98 99 prozent hat warum hat er das und dann guckt man sich gerne mal die rezensionen an dafür dass die leute schreiben kann man nicht immer nach jemals dann immer nach privaten maß auch immer geht ja so ist das halt aber 100 prozent alles klar ich bis jetzt was ich mir gekauft habe oder bestellt habe habe ich immer begrüßt und wenn sie andere leute sagen ja ich hab mal ebay aber ich hab's nicht gekriegt ja da hast du nicht richtig gelesen gell so ist nämlich meistens ist der mensch ist für selbst für sich alles über verantwortlich die immer die anderen aber auf sich selbst muss man auch machen das war es jetzt von antennen sind dann 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 dumm bogen für das unboxing von den ten so das weiß jetzt ist anten so ich sollte mir vielleicht neuen namen aussehen antenso und boxing und das war so freunde danke fürs zusehen ich habe es heute spaß gemacht ja wenn ihr interesse daran habt dann teile ich euch mal den link von dem hersteller unter dem video in die video beschreibung oder ich hab das mal als markierten kommentar an wenn ich fragen dazu kriege zu der festplatte wo was und wie könnte ich mal den kratzen mache ich dann gerne somit recht herzlichen dank und ich würde sagen bis zum nächsten mal oder virus und tschau mit farb